so darf ich dich einladen ja bitte da werden wir in the finals alles eingestellt kurze start schwierigkeiten bei mir hat sich die tastatur verstellt schnelles cash so passt mal auf als allererstes lauf mal zur pole problem ist die kohle ist von allen genauso weit entfernt ja ja das mag sein ist aber nicht schlimm hatte hier hoch hier hoch hier und dann übers dach da oben ach scheiße ich dachte schon hier könnte man nichts feuer war fehl sicher wie weit ist denn das bitte ist doch schon jemand ist doch schon jemand ist der scheiß versor man ja ja kann ich auch nicht das komische gebäude hier endlich habe ich eingekillt mann er das hat ja gedauert da oben kommt eine achte ja ich sehe nichts die wissen wo ich bin aber ich kann ich kann sie nicht sehen ich hatte mega leck woher weiß der wo die leute herkommen das ist aber schräg der teamkollege was ist das denn geschützt die schrift im weg ist ja man kann das nicht lesen was da steht so dann das geschützt wie ich sagte wo sind die dann jetzt ich habe doch hier so eine granate da kommen dann rüber das schon wieder ein geschützt die haben überall geschütze aufgestellt so habe ein gekillt über die achtung kommt eine zu euch nicht tot ach so da komme ich nicht mal heilen hat er dich gerade gehalten ich hole mir den hier oben ich kletter mal hier hoch wo ist denn von wo ist denn das sind drei vier leute habe ihn scheiße der hat mich auch alter schwede sagt das ist mega krass du das aber eine geile runde ist besser als vorher versteht der team ist von 9 18 oder durch markt immer wenn man tot ist kann man alle leute immer alle geht von wo denn ich sehe ihn nicht ach du hast mein ding geklaut sehr gut so wir haben die alle weg so wo ist die kohle jetzt ja da kommen die nächsten doch schon es ist noch ein anderes kinder der tod sind doch mal die kohle holt wo ist die den kohle ja ich weiß es nicht wir haben nix geholt nee wir haben die kommen nicht warte ich hole mal den marow fast wieder ist er denn hinter uns einer ja warte ich heil den gerade und das heilen dauert hier ist noch einer ja ich bin down habe ihn online jetzt hat mich ein anderer geholt wieso kältet ihn denn nicht ich habe eigentlich nein der andere du meintest mich so dass ich war doch gerade noch ein gegner ja kommt einer mit zum tresor peace ja alle hol den diese scheiß geschütze was ist denn das ich komme da nicht dran ich werfe an den nade diese bastarde da unten das geschütze geht gar nicht kaputt was ist denn das ich wurde entdeckt ja wieso ist er unsichtbar also diese spezialfähigkeiten sind bisschen nervig wenn halt die ganze zeit hinterher läuft und sich kaputt schlägt alle am besten alle reporten wir haben immer noch nichts erreicht ihnen gar nicht die spieler spiel falsch kommt mal rüber hier kann man rüber fliegen leute und denn so weite laufwege wir brauchen auch so eine komischen schütze da ok 8 die haben so ein sonar das ist ja geil das ist die sonar bombe ok jetzt habe ich da oben sind hinter uns ja ist wieder geschützt wahrscheinlich in der ecke diese wohnen sollen wir geben ja das nicht wirklich da kann es ja gar nichts machen das ist doch einer der hat auch noch eine panzerung so macht noch einer wo ist er ich kann mich nicht bewegen also das ist ein bisschen wenn ich albern weiß ich wozu man das braucht ich meine gut ist wahrscheinlich wenn du selber benutzt sind aber muss sich erst mal mit dem spiel ein bisschen einspielen und dann ja vielleicht ist es halt dass es soweit weg ist alles ja das ist sehr hektisch wir sind wahrscheinlich am dichtesten dran und wir haben kein geschütz ne ne ja wissen wir bescheid beim nächsten mal da ist es wieder hier unten geht in deckung und sucht euch am besten ich höre so von kippen so nah da kommen sie ich brauche hilfe ich lauf los hilfe hier ist einer ja nein der hat mich geklappt der hat mich geboxt der wichser ja alleine brauche ich nicht los zu laufen der hat mein cashout geklaut hinterher wo ist er da oben ja schnappt ihn euch man die mir doch nicht auf dem sack ok die standard ak ist eigentlich auch eine müllwaffe anscheinend ich habe doch er hat wieder ein geschütz gesetzt also wir brauchen auch so geschützt ja die sind nämlich echt übel die dinger wir haben ja jetzt schon 0 von 10.000 wir haben noch nichts eingenommen wir müssen den cashout wir müssen unbedingt den cashout ja ich komme so du bastard jetzt habe ich dich auch erlegt so weiter weg ja es steht wieder ein geschütz dort also das ist offensichtlich sehr wichtig team ausgeschaltet glaube ich noch ein geld die habe ich was jawohl komm schon wieder ja alles gut hab ihn lassen scheiß geschützt hier ist wie einer geschützt auch ja ich krieg diese scheiß geschützt sind nicht da und alter die sind zu stark wir müssen irgendwie explosions granaten oder irgendwas ein bangen müssen wir noch warten und dann müssen wir jetzt aber jetzt kohle gemacht wir haben jetzt kohle ist gleich ich bin im gas aber hat noch ein wie es einer der bank ist proben ich wieder respawn geht jetzt wieder das war unser ganzes team noch nicht eliminiert ist erst wenn das ganze team down ist dann steht das da unten wir brauchen wenn du so eine sonargranate hast schmeißt sie dann weißt du nämlich wo die leute sind leider nicht so ist jetzt herrlichen da unten sie kommen alle tun scheiße ja wenn du dich zu zweit überrennen dann hast du keine chance ach der kann durch gas laufen ja sehr gut ne ich kann euch nicht wiederbeleben weil ihr im gas liegt das war schlau ne dankeschön ok müssen wir zum cashout ja schon wieder das scheiß geschützt ich habe den keinen schaden gemacht er hüpft hier rum wie sonst was sagt mit schützt kann ich noch gar nicht aus so und jetzt ist unser team tot und deswegen steht das mal da da ist dass das dritte team wie stark sie sind und die haben anscheinend einen neffen account da ist ein dritter im team der der nix macht keine wert hat und da oben schon wieder ein scheiß geschützt geschützt ist down sehr gut immerhin zweiter platz verbessert aber anstrengend sehr anstrengend ja es ist auf dauer ist das für mich das ist zu anstrengend dazu kommt halt dass man quasi die maps noch nicht gut kennt dass man die waffen noch nicht gut kennt sie ist ja die benutzen diese schütze die sind sehr stark also so stark ja und du siehst halt auch wenn die leute merkst halt wenn die definitiv 20 stunden länger gespielt haben als du ja grundsätzlich finde ich es aber interessant so kommen von der gameplay mechanik finde ich ganz cool so auch die ttk ist okay für mich also ich kann damit leben wenn ich jemanden öfter treffen muss die bei denen ist das ja auch so die haben trotzdem gefühlt treffen sie halt alle besser ist nicht schlimm aber die ist ich finde in tic zu stark sie könnte sagen wir mal 25 prozent runter dann wäre das glaube ich optimal ist es immer noch von der stärke her von der time to kill viel höher als alle anderen spiele die ich kenne und das ist schon anstrengend aber nur ein bisschen ein bisschen runter noch und dann wäre gut so es gibt noch einen anderen spiel muss dann können wir jetzt auch mal testen ja ja eine runde kann ich noch schnelles spiel und dann machen wir jetzt geldregen also einzel match 33 33 12 leute spielen da rasante kämpfe und auch ein bisschen hier unbegrenzte respawn münzen ja dann geschützturm den kriegt man als würde den kann man später freischalten okay okay was kann ich denn jetzt freischalten ich kann noch gar nichts freischalten noch gar das sollte noch mal rausgehen so schnell ist egal mit 600 kann ich den erst freischalten geschützt monaco turm so aufnahmen monaco ich gehe dann jetzt doch mal ins spielcasino 40.000 ist mehr rein also es geht halt nicht um kills nach es geht wirklich nur um die kohle zu machen es halten ziemlich stressiger heißt ja ja so warte mal granaten ändern ich nehme jetzt mal eine splitter granate mit und ich nehme jetzt mal eine gasmine mit na so habe ich das auch rechtzeitig schaffe das zu belegen deine körper sieht aber auch geil aus dadurch wird sich das spiel später wahrscheinlich dann auch finanzieren einfach nach 1 oder was kann man schön ach du bist schon drüben ich bin ich denn ich bin schon wieder tot wieso habt ihr eine rüstung was ist denn das er ist auch dauern ach das sind ja vier teams jetzt leck mich am arsch ich kann mich holen warte ach so warte ich hole mal zuerst den anderen bist du wieder zurück ok entschuldigung ich der andere war zuerst wieso steht denn die ganze zeit einer neben mir alter ist mir zu hektisch ehrlich ich sehe hier nicht durch ich sehe ich weiß nicht wo es ist alles ich bin überfordert na ja so wo muss ich hin ich komme nicht holen ja ok ne brauchst du nicht ich höre überall schritte das ist auf jeden fall besser gelöst als in in cod wer schießt denn hier auf mich ach oben auf dem kran hockt einer mit der sniper achtung ich kann gar nicht sehen wer dem ich zuschaue das ist ja auch doof doch ich weiß nicht wem ich zuschaue so dass wir also die sind alle stärker hier ich weiß auch nicht keine schnitte ich werde von überall beschotzen hier ja es sind halt viele gegner ja aber und die kloppen sie kloppen sich halt um ein ein kopf auch geil in der raten im wien auf dem boot oh hier sind münzen oh oh wird verfolgt Ich hör's doch. Ey, hast du gut gemacht? Ein Kill gemacht. Ja, du hast mir den gerade... Ich hab ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ist schon wieder instant down. Meltop hat zweimal auf mich geschossen. Instant. Den hab ich auch. Hab ich, hab ich. Oh nein! Ich wollte... Ey, die sind zu viele. Du hast ja gar keine Möglichkeit, einen Gegner zurückzuholen. Wenn ihr so alle rumruseln. Wie willst du das denn machen? Die kriegen nur auf die Schlauze. Oh man. Null Cent. Aber weißt du was? Sieht super aus. Ja, das... Das ist es. Einfach schön, ja. Schön sterben. Oh nein. Was meinst du denn da? Sind zwei Cash hier... verfügbar. Ab einen. Aber ich kann ihm halt die Kohle nicht wecken. Ach, da bist du. Warte, ich komm mal zu dir. Nicht warte, aber ich... Oh, schon wieder. Ich werd beschossen. Ich brauch Hilfe. Ich brauch Hilfe. Ich komme. Wo ist er denn? Ja, da ist er. Was mach ich denn jetzt? Ich hab hier Geld eingesammelt. Ist das jetzt meins? Diese blauen Münzen, die sammeln schon die ganze Zeit. Das hat was zu bedeuten. Entweder ist das so Lebensmünze oder... Abgeben. Bei B abgeben. Du musst sie abgeben. Das A. Ah. Da, bei B. Was denn B? Da ist B. Das ist ja wie Abschluss bestätigt oder geliefert. Na, dieses Geld einsammeln gibt's doch auch bei COD. Ja, geliefert. Ne, du sammelst die Marken ein und musst sie dann zur Bank bringen. Okay. Was? Die nehmen uns nur unsere Kohle weg. Die nehmen uns nur unsere Kohle weg. Wir müssen hier die Kohle abgeben. Das ist das Problem. Das Problem ist, wenn wir jetzt sterben, haben wir halt alles verloren. Ja, wahrscheinlich. Dein Team, ne? Fünf. Da müssen wir hin, zur Fünf? Ja, einfach hier abgeben. Hier. Hier. Wo ist das denn jetzt? Hier? Na. Ich verstehe es nicht. Ach, leck mich doch im Arsch. Der kommt mit dem Raketenwehr vor. Oder was ist das? Ich schnelle es nicht. Ich schnelle nicht, was ich machen muss. Vorsicht, hier ist einer mit dem Raketenwehr. Verachtung. Ja, ich weiß. Ich hab hier gerade auch massive Probleme. Ich bin tot. Ich weiß nicht, ich konnte das nicht abgeben. Die wechseln auch ständig diese Abgabebunte, hab ich den Eindruck. Ja. Ganz hervorragend. Ja. Ist halt doof, wenn man nicht so richtig schnallt das Spiel. Wir haben null. Null können. Scheiße. Es ist ja auch überhaupt nicht einsteigerfreundlich. Das ist das Problem. Achtung, da hinten ist schon was. Ich weiß gar nicht, wie ich hier hochkomme. Ich brenne. Da hinten ist der beim Abgeben. Killing, kill ihn. Wo ist der ein Drecksack? Hab einen. Hab den auch. Und schnell wegbringen. Und hier müssen wir jetzt abgeben. Hier ist abgeben. Hier ist Einzahlung. Jawoll. So läuft das. Das macht Spaß. Das ist gut, der Modus. Wenn es nicht zu stressig wäre, wäre das perfekt. Komm, den holen wir uns. Den Wichser. Ich sehe nicht, wo er ist. Er hat mich. Mit Raketenwerfer natürlich. Ach. Ja, der Wichser dann. Der wär fast down gewesen. Entschuldig. Danke. Ja, zumindest schon ein paar Euros gemacht. Ja. Das war gut. Genau so müssen wir das wieder machen. Wir müssen zu diesem Abgabepunkt hin. Da sind die ganzen Affen. Hier. Das mal zu einzigen. Man kann hier überall rein. Das ist schon fett. Ja. Das Ganze müsste ein kleines Tick entschleunigt. Komm mal mit aufs Dach. Entschleunigt werden. Dann wär's super. Wo ist das andere Ding? Da hinten ist es. Da hinten ist es. Da unten ist einer. Achtung. Da sind auch Leute. Mehrere. Wo bist du? Da oben? Oh fuck. Was ist der? Was muss ich hier machen? Gar nix. Achso, das ist ein Gegner. Warte mal. Ich geb dir mal Rückendeckung hier. Jetzt kannst du dir das. Hä? Vierter Platz. Wat? Wofür? Für nix. Für nix. Das Problem ist wirklich, wir haben keinen Plan, was wir hier machen sollen. Aber wir haben 14.000 Dollar gemacht. Immerhin. Ja. Also der Modus hat mir aber besser gefallen. Ja, viel besser. Weil das sich ein bisschen aufteilt. Mhm. Also anfangs war es ein bisschen hektisch, aber zum Schluss fand ich, hat jedes Team irgendwie schon so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht. Ja. Das ist also wie COD geliefert. Ne? Diese Marken sammeln und dann zur Bank bringen. Das ist schon echt nice. Ja. Ja. Ja, soll man diesen Modus nochmal eine Runde versuchen und dann machen wir Feierabend? Ja, können wir machen. Ja. Ich muss aber kurz mal auf Toilette. Ja, mach das. Schneid ich gleich raus. Ja, mach das. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielmehr würde mich ja aber auch das andere Spiel von dem Studio interessieren Ja, ja. Und zwar dieser X-Fact-Shooter. Ja, habe ich noch nicht gespielt. Ihr hattet ja alle keine Zeit. Ja. Ich habe es, glaube ich, nur mit Thorsten, Desmond. Mit Thorsten gespielt, genau. Ja, Kommunikation halt, ne? Ja, ihr wusstet ja alle, dass es online ist. Ihr wolltet nur nicht spielen. Ja. Ihr Bösen. Drückt drauf, komm. So, wir spielen jetzt Geldregen. Schnelles Cash war etwas zu anstrengend. Aber Geldregen macht irgendwie Laune. Ist halt wie in Call of Duty. Was habe ich eben gesagt? Geliefert. Geliefert oder so. Ja. Seoul. Waren wir da nicht eben auch? Ja. Ach, eben war man Monaco. Da, wo der Flammenwerfertyp. Ja, ja. Seoul, das war auf dem anderen Spielmodus, ne? Mal gucken. Ach, Crow ist auch dabei. Cool. Ach, muss ich immer wieder die Klamotten ändern? Du kannst auch, äh, ein fertiges, äh, auswählen. Ja, sollte ich mal speichern. Jetzt kann man die Waffen mal ändern oder so. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ja. Yes, a big splash. Genau. Hibi, da wären wir wieder. Geil ist, dass du überall hinjumpen kannst und dich direkt an so'n Ding hängen kannst und so. Cool, cool, cool. So, und jetzt? So, und jetzt? Ballerts. Da. Äh, ich habe ihn jetzt genau ins... Oh, warte mal. Hier ist es geschossen. Loll! Ist da ein anderer Typ da oben? Achso. Hinter uns. Irgendwas ist über uns. Einer ist da. Sammelt die Münze. Oh, das Gas. Achter. Ist noch einer gewesen da oben? Okay. Da kommen sie. Über uns da. Hab ihn. Pass auf. Ach, die Münze. Okay. Was ist noch was über uns? Wo denn? Sollen wir einfach mal saven gehen? Ach, da ist er. Hab ihn. Ja, natürlich. Hat er dich? Scheiße. Hab ihn. Sehr gut. Äh, Polo. Hinter uns. Gibt dir was? Ja, du warst down. Ja, jetzt sind alle Teams da. Okay. Aber das lief ja für den Auftakt schon mal nicht schlecht. Nur, dass wir uns das Geld wegnehmen lassen haben. Mhm. Wo soll man hin? Einfach ihm hinterher. Er tut so, als wüsste er, was er tut. Ja. Ist jetzt schön. Schau raus. Boah. Hast du das? Hast du noch einer? Bitte her. Bitte her. Ich muss kurz in Senkung gehen. Kann ich mich eigentlich heilen? Wüsste. Weiß ich nicht. Scheiße, Gas. Ich bin tot. Hab den so gut wie nix abgenommen. Der sammelt meine Münze nicht ein. Warum macht er das? Der Kollege hier auch nicht. Also von den Kills her läuft das. Oh shit. Läuft gut. Das war eine Gasmine. Das war nicht gut. Achso, die Gasdinger. Ja, die sind irgendwie. Wie kann ich die 6? Ich muss mal die Dinger umbelingen. Also Kills mach ich top hier. Also das ist eigentlich easy peasy. Wie viel Kohle haben wir denn jetzt? Die Kohle, die wir haben. Na viel nicht, aber irgendwo schießt was. Abgeben wär gut. Lass ihn mal zu D. Ja, pass auf, hier runter. Oh. Da ist einer. Achtung. Ja. Ist egal, lass den. Oh, Gas. Oh, Gasmine wieder. Noch ne Gasmine. Und schlecht. Abhauen, abhauen, abhauen. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Da bist du. Wo ist denn jetzt das Ding hier? Ich muss hier abgeben jetzt. Ist schon wieder weg, das Ding. Scheiße. Aber das ist. Ich weiß nicht, wie ich darüber komme. Schau so. Und. Dass das Ding auch runtergeht, finde ich ja cool. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Ja, ich hab auch Kohle, ne? Wir müssen. Ja, wir müssen das abgeben. Also egal, ob A oder B. Es ist schon wieder weg. Hab ich. Oh, das ist noch einer. Das ist noch einer. Alter, sind wir geil jetzt, oder? Okay. Scheiße. Ja, ist wieder weg, das Ding. Oh, das ist aber nervig. Komm mal mit hier lang. Der hat mich gesehen. Was hat der denn für ein Speedhack geraucht? Ich hab einen. Ich hab einen. Komm, hier abgeben, hier abgeben, hier abgeben. Hier ist irgendwas. Hier ist was zum Einsammeln. Hier ist schon wieder was. Hey, was ist denn das hier? Das ist ein übelst Krieg, Mann. Ich kann das Ding nicht abgeben. Hä? Kannst du es hier auch nicht abgeben? Aber warum kann ich... Wo denn? Verdammt. Hier. Ja, wieder down. Du musst die Kohle einsammeln und bei den anderen Punkten abgeben. So, ich hab alle Kohle. Ja, jetzt musst du zu dem Punkt, wo du es abgeben musst. Ja, aber wo? C. Na, da oben. C. Genau. Da musst du jetzt hin. Beil dich. Beil dich. Das sind wir gleich weg. Oh nein. Hab ich es jetzt geschafft? Ja. Nein. Also, ich seh dich nicht. Ist schon wieder weg, verdammt. Was ist denn das denn, Mist? Wir haben 6.000. Wir haben 6.000. Ich hab 15.000. Irgendwer hat was abgegeben. Ich raff das nicht. Echt nicht. Überhaupt nicht. Ja, hier ist das ganze Gegner-Team hier. Scheiße. Ich verstehe nicht, wie ich das abgebe jetzt, verdammt. Da ist so ein Automat. Da musst du rangehen und das abgeben. Ja, aber ich seh hier keine Automaten. Dann ist er weg. Ja. Dann musst du zum nächsten. Er hat mich. Ich hab tausend Münzen jetzt verloren. Mann. Ja, und hier, wo ich bin, ist halt so ein Abgabeautomat. Ne, das ist kein Automat. Ne, die mit den Buchstaben sind die Abgabeautomaten und die mit den Zahlen sind die Einsammeldinger. Blitzerding. Oh. So, und jetzt muss ich zu einem, so einem Punkt dahin. Der wird jetzt gerade genommen, der B-Punkt, dann ist er weg. Glaube ich. Okay, ich versuche dir mal zu folgen. Ich hab irgendwas eingesammelt. Das ist wie zu offen, der Scheiße. Oh, lol. Aber wenn zwei, drei Mann auf dich schießen, hast du keine Chance. Alleine. Wieso ist... Ja, wieder down. Weiß ich nicht. Die spielen halt zusammen. Bei uns macht schon wieder jeder seins, irgendwie. Die haben meine ganze Kohle mit eingesammelt. Ja, bei mir auch. Und geben die jetzt ab. Also du musst diese Dinger einsammeln oder Gegner killen und deren Kohle einsammeln und dann musst du zu diesen Punkten mit dem Buchstaben. Und da musst du es abgeben. Ja. Da hast du einen Automaten und da kannst du eins sagen. Das haben wir offensichtlich nicht geschnallt. Ich hab das Problem mit den Automaten, weil ich nie genau wusste, wo ich die jetzt abgehen kann. Wir haben es einmal geschafft abzugeben, aber danach nie wieder. Ja, weil wir direkt zu einem Automaten hin sind. Da haben die gerade abgegeben oder wollten abgeben und wir haben sie dann gekillt. Also man muss halt einfach verstehen, was man machen muss. Das ist das Problem. Ja, das ist klar. Ja. So. Ich hab gerade... Okay. Ja, gut. Ja, du hast gerade... Meine AKM zu drei Vierteln erste Level gerade mal hochgelevelt. Also das ist ja auch... Das Level dauert lange, ne? Ewig. Ja. Ja, gut. Also ist schon ein cooles Spiel irgendwie. Nur ein paar Kleinigkeiten, die sie vielleicht nochmal optimieren könnten, dann wäre das glaube ich echt top. Aber dazu muss ich sagen, viel zu stressig. Ja, es ist sehr stressig. Und du brauchst halt einfach ein Team, was eingespielt ist und weiß, was jeder zu tun hat. Ja. Sonst funktioniert das nicht. Also du merkst halt, mit Random-Spielen ist schon schwierig. Ja. Und du brauchst halt wirklich ein eingespieltes Team. Das ist, ich würde sagen, das Spiel ist definitiv ein E-Sport-Titel. Weil hier ist einfach Teamplay das Wichtigste. Und halt einfach auch die Taktik. Weil du kannst halt... Wir haben keinen Raketenwerfer, weil wir den noch gar nicht benutzen können. Und kein Geschöpf. Wir schießen kein Geschütz oder auch andere Techniken, dass man sich unsichtbar machen kann und sowas. Das sind alles so Sachen, die kannst du taktisch natürlich einsetzen. Und gerade auch, was die Zerstörung angeht. Also ich habe die jetzt nicht wirklich genutzt, die Zerstörung. Und manchmal hätte ich mir gewünscht, jetzt hier ein Loch in die Wand zu hauen, wäre jetzt schön. Ja, das kannst du mit den Gegenständen, mit denen du interagieren kannst, die Dinger, die du aufnehmen kannst, die Tonnen oder so. Also ich würde dem Random auch jetzt nicht die ganze Schuld geben. Nein, hat er nicht. In Gottes Willen. Wir haben halt einfach... Wir sind ja auch total verpeilt. Wir haben gerade erst angefangen, das Spiel zu spielen. Und ich weiß überhaupt noch gar nicht, was ich machen soll. Ja. Nee, also du kannst ihm nicht die Schuld geben, weil wir wissen ja auch nicht, vielleicht spielt der es auch erst seit zwei Stunden. Ja, eben. Und es ist halt immer was anderes, wenn du mit Leuten spielst, mit denen du zusammen spielst, wo du weißt, wie jeder so ist. Und wenn du mit den Leuten definitiv auch kommunizieren kannst. Ja. Hier brauchst du definitiv einen Teamleader, der sagt, was jetzt gemacht wird. Ja. Weil du kannst ja auch Sachen anzeigen, hier da laufen, hinlaufen und so. Ja. Und es ist... Mir gefällt es irgendwie schon. Es macht auch irgendwie Spaß zu spielen. Aber ich glaube, man muss erst mal wirklich reinkommen. Ja. Genau. Aber trotzdem, hat Spaß gemacht. Mhm. War super. Ja, danke fürs Starteln. Hat sehr viel Spaß gemacht, das mal kennengelernt zu haben. Ja, aber du musst eindeutig besser werden. Du musst eindeutig besser werden. Ich erinnere noch mal, wer in der letzten Runde die ganzen Kills gemacht hat. Ja, ich war es richtig. Nee, 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 nee. Ich habe Beweise. Ich habe die ganzen Kills gemacht. Okay. Okay. Zieh durch, ne? Ich bin noch erstmal raus. Ich gehe jetzt noch ein bisschen in Second Life. Okay. Bye, bye. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.